Fotografie verändert sich. Aber was genau verändert sich da eigentlich und was bedeutet das für dich als Fotografen? Wenn man von der Veränderung in der Fotografie hört, dann denkt man, zumindest geht es mir so, in erster Linie an die digitale Revolution, an künstliche Intelligenz und allem, was dazu gehört. Und das stimmt auch, aber es ist eben nur ein Teil der Wahrheit. Denn tatsächlich ist es so, dass sich die Fotografie schon seit langer, langer Zeit in einem Veränderungsprozess befindet und der hört auch nicht auf, sondern der geht immer weiter. Und das verändert eben auch die Rahmenbedingungen für Fotografen. Ich bringe dir mal ein Beispiel. Ich habe vor kurzer Zeit einen Fotografen aus Hamburg kennengelernt und der ist schon lange als Fotograf tätig, schon Jahrzehnte. Und der hat angefangen und hat für einen Verlag gearbeitet und hat sich dann selbstständig gemacht in dem Bereich der Polizeifotografie. Der hat seinerzeit in Hamburg, wie gesagt, da immer wenn es Stress mit den Luden gab, war er da vor Ort und hat Bilder von den entsprechenden Szenen gemacht. Und da hat er wirklich lange, lange Zeit und als Selbstständiger auch wirklich gutes Geld mitverdient. Und diese Tätigkeit, das macht er heute nicht mehr. Er macht heute Eventfotografie. Und ich habe ihn gefragt, vermisst du das nicht, diesen Kick mit dem richtigen Foto das schnelle Geld machen zu können? Und er sagt, nein, weil diese Fotografie, die funktioniert heute gar nicht mehr. Das hat sich verändert. So, was hat sich da verändert? Es ist so, dass die DPA, also diese Deutsche Presseagentur, irgendwann eine Pauschale eingeführt hat. Und da gibt es halt für bestimmte Fotos nur einen Pauschalbetrag. Und der ist halt in einer Höhe kalkuliert worden, in dem die goldenen Zeiten für die Fotografen dann einfach vorbei waren. Und viele mussten sich einfach umorientieren. Und wie gesagt, er macht heute Eventfotografie und das funktioniert für ihn sehr, sehr gut. Aber für die Fotografen, die auch heute noch als freie Fotografen für die DPA tätig sind, die mussten sich halt überlegen, wie sie damit umgehen. Und das war, glaube ich, erst letztes Jahr, als sie sich verabredet haben und gesagt haben, pass auf, wir liefern jetzt mal deutlich weniger Bildmaterial für die DPA, um den Druck zu erhöhen, auf unsere Forderungen einzugehen, einfach die Pauschalen zu erhöhen. Und das ist so ein Beispiel, wie sich Rahmenbedingungen verändern und den Fotografen damit verändern. Und mit der Einführung der Pauschalen ist es auch gar nicht erledigt, sondern es ist auch so, dass sich mittlerweile auch die Anforderungen geändert haben. Hat es früher gereicht, dann ein Bild abzugeben, ein Foto abzugeben bei der DPA? So sagen die, jetzt haben sich die Anforderungen auch dahingehend verändert, dass Bewegtbilder auch immer mehr angefragt werden. Fürs Fernsehen, für Social Media etc. Das heißt, dass hier auch veränderte Anforderungen nochmal in den Fotografen reingetragen werden, auch entsprechend sich auf Bewegtbilder vorzubereiten. Da muss also dann die Tontechnik auch stimmen, es muss das Licht stimmen, es muss jemand vor der Kamera, man muss eine Nachbearbeitung haben. Also all das sind Themen, auf die man dann irgendwie eingehen muss, was dann aber auch eben honoriert werden muss. Und darum muss man dann eben kämpfen. Und deswegen ist es wichtig, dass man als Fotograf sagt, okay, wie gehe ich damit um und was mache ich jetzt? Und ein Weg damit umzugehen ist zu sagen, ich spezialisiere mich und suche mir eben eine Nische, um nicht als Allrounder dazustehen. Das kann zwar funktionieren, für manche funktioniert das sicherlich auch, aber es hat halt immer das Risiko, dass man sagt, als Allrounder schwebt immer so ein bisschen der Ruf mit, naja, der macht alles so ein bisschen und nix so richtig. Und das ist halt dann schwierig, wenn man dann halt in Wettbewerbssituationen reinkommt mit Anbietern, mit denen man dann nicht direkt im Wettbewerb stehen möchte, weil sie halt eine andere Preisstruktur haben, in der man sich dann als professioneller Anbieter nicht unbedingt wiederfindet. Und da fällt mir ein, das ist gar nicht lange her, von Stefan Wiesner, kennst du vielleicht auch ein großer YouTuber, ein großer Kanal, der hat auch berichtet, dass einer seiner, in den Kommentaren stand mal, du bist schuld, also du an den Stefan Wiesner gerechnet, bist schuld daran, dass wir jetzt auch so viele Fotografen, Hobbyfotografen haben, die jetzt halt gelernt haben, mit der Kammer umzugehen und jetzt der Meinung sind, sie müssten sich jetzt halt hier auch entsprechend Geld damit verdienen und jetzt eben auch, was weiß ich, nebenberuflich da Anbieter sind und uns jetzt die Preise kaputt machen. Und ich musste so ein bisschen schmunzeln, als ich das gehört habe, weil es ist natürlich naiv zu glauben, dass da jetzt ein bestimmter Anbieter, ein YouTuber, das ist jetzt der Stefan Wiesner ist oder auch in meinem viel deutlich kleineren Anteil war ein deutlich kleinerer Kanal, aber im Prinzip mache ich auch das Gleiche, ich gebe auch so Tutorials raus, wie man mit einer Kamera umgehen kann. Aber es ist naiv zu glauben, dass diese Anbieter jetzt dafür verantwortlich sind, dass da jetzt viele Leute auf den Markt kommen, die jetzt da irgendwas anbieten, weil sie es jetzt auch irgendwie gelernt haben. Weil jemand, der sich dafür interessiert, der irgendwann merkt, ich finde das spannend, ich möchte aus meinem Hobby vielleicht mehr machen und möchte das vielleicht auch nebenberuflich anbieten und damit Geld verdienen. Jemand, der so ein Interesse daran hat und sich für ein Hobby wirklich interessiert, dann ist es ganz egal, ob der von einer Fotografie redet oder von was anderem, der wird sich einen Weg finden, wie der sein Wissen aufsaugt. Ob das jetzt YouTube-Tutorials sind, ob das Online-Kurse sind, ob das eine Volkshochschule sind, ob das bekannte Freunde, Verwandte sind, das ist egal. Die Informationen werden seinen Weg finden zu ihm und er wird damit entsprechend umgehen und was machen, ohne dass er jetzt ein Anbieter XY dafür verantwortlich wäre. Und deswegen ist die Spezialisierung wichtig. Und dann muss man halt gucken, okay, wie kann ich das jetzt machen? Und dann suche ich mir halt was aus, ob das Event-Fotografie ist oder irgendwas anderes, das spielt überhaupt keine Rolle. Aber man hat ja die Möglichkeit zu sagen, okay, ich baue mir jetzt hier vielleicht mal eine Referenz auf. Und natürlich auch Kontakte, weil Kontakte sind immer wichtig. Um sich dann halt von diesen Anbietern, mit denen man nicht verglichen werden möchte, sich entsprechend zu differenzieren. Das ist bei mir übrigens ganz ähnlich. Und jetzt gucken wir mal, dass manchmal eine Spezialisierung und eine Nische gar nicht ausreicht, sondern manchmal muss man sich die Nische innerhalb der Nische suchen. Eigenes Beispiel, Drohnenfotografie, das ist ja auch ein Bereich, in dem ich tätig bin. Auch da merke ich, dass in letzter Zeit relativ viele Anbieter auf den Markt strömen und halt da ihre Drohnenfotos anbieten möchten. Warum? Weil es halt relativ einfach geworden ist, eine Drohne zu fliegen kann fast jeder. Da ist zwar noch eine Hürde dazwischen, weil man eben da auch luftrechtlich noch ein paar Themen hat, die man halt außerdem noch beachten muss. Nichtsdestotrotz hindert es halt die Kandidaten nicht, sich da entsprechend zu positionieren und Angebote abzugeben. Und ich habe das auch teilweise. Und wenn man dann Anfragen bekommt, dann fängt man ja an zu kalkulieren. Du hast halt ein Equipment drin, du hast eine entsprechende Ausbildung, du hast eine Zertifizierung abgeschlossen, eine Versicherung. Je nachdem, wie der Auftrag ist, gibt es noch bestimmte Ausnahmegenehmigungen, die zu beantragen sind, die noch gebührenpflichtig sind. Und dann fängt man an, eine Kalkulation zu machen, gibt ein Angebot ab und stellt fest, da gab es ein Wettbewerbsangebot im Nachgang. Ja, deswegen haben sie einen dann nicht gebucht, sondern halt ein Wettbewerbsangebot. Das liegt halt dann deutlich günstiger. Und dann fragt man sich, okay, woher liegt es jetzt? Also entweder hat derjenige sein Angebot nicht komplett durchkalkuliert oder es war ihm einfach egal. Er sagt, ich mache es aus Spaß und Freude und will mir da nur ein Taschengeld dazu verdienen. Okay. Deswegen ist es dann auch da wichtig, sich dann wieder innerhalb dieser Nische, Drohnenfotografie, sich nochmal eine Nische zu suchen. Und das kann dann zum Beispiel sein, Inspektionsflüge. Oder man spezialisiert sich auf dem Bereich Immobilien. Auch da richtiger Winkel, wichtig auf Linienführung, Achtung und, und, und. Und auch da sich dann entsprechend wieder Referenzen aufzubauen und natürlich Kontakte. Kontakte immer wichtig. Das hilft halt einfach ungemein dabei, sich von diesen Massen abzuheben und von den Anbietern abzuheben, mit denen man preislich nicht verglichen werden möchte. Und jetzt sagst du vielleicht, ich bin ja kein gewerblicher Anbieter, ich nutze meine Fotos nur privat oder ich stelle die meinen Social Medias auf Instagram und deswegen sind diese Veränderungen in der Fotografie für mich gar nicht relevant. Naja, aber auch wenn du Bilder jetzt bei Instagram einstellst, dann bist du ja in einer gewissen Wettbewerbssituation mit anderen, die halt dort auch ihre Fotos zur Schau stellen und, und jetzt kommt man wieder zurück auf das Thema Künstliche Intelligenz, da entsprechende KI-Funktionen nutzen, um ihre Bilder entsprechend aufzuwerten oder ins rechte Licht zu rücken. Und da ist dann die Frage, okay, wie geht man denn damit um? Sagt man sich jetzt, ist mir egal, ich bleibe meinem Stil treu und mache meine Fotos weiterhin, so wie ihr habt und wenn ich dann weniger Likes oder Klicks bekomme, ist mir das auch egal. Oder sagt man sich, hm, das ist ein neuer Trend, den nehme ich mir jetzt auch an, gucke mir den an und schaue mal, wie der für mich funktioniert. Und das würde mich jetzt mal interessieren, was das für dich bedeutet. Schreib mir doch unten gerne mal in die Kommentare ein, wie du mit dieser Veränderung umgehst und welchen Einfluss das auf dich und deine Fotografie hat. Und wenn dich das hier irgendwie zum Nachdenken angeregt hat oder sonst irgendwie unterhaltsam da, freue ich mich auf dein Like und dann sehen wir uns auch beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao.